hallo herzlich willkommen ich bin samtex woki und ich zeige euch den erfolg mensch gegen maschine das ganze ist natürlich modern warfare das ist klar weil das geben schon dabei ist bei call of duty infinity warfare warum sollen wir es nicht spielen auch wenn es wahrscheinlich die meisten von euch kennen aber es gibt ja heute die wahrscheinlich das zocken erst so mit xbox von anfangen und playstation anfangen und 360 und so nicht kennen die kennen auch das game nicht und ja das ist die mission gut getarnt da muss man halt man sollte eigentlich hier nicht zum rambazamba machen aber wir machen das natürlich auf stieg als stupe rekrut ja weil wenn wir es auf veteran machen daran habe ich gerade durchgespielt wenn wir den erfolg auf veteran machen bist du gleich down also das bis sofort dort das geht ja man muss hier was ist das ziel das ziel dieser mission ist hier ja dass man den einen stimmen man muss zu so einem aussichtspunkt muss man da und dann schießt man mit dem kaliber 50 mit der breite schiebt man auf so einen typen und der verliert dann den arm ja das dann der endgegner von game und hat es später aber hier jetzt geht es um den erfolg mensch gegen maschine das heißt normalerweise wenn man normal spielt sagt irgendwann mal vorsicht ein helikopter und dann muss man in deckung gehen den muss man abschießen dann gibt es den erfolg mensch gegen maschine dazu müsst ihr halt nicht in deckung gehen einfach euch zeigen und dann öffnet der sofort das feuer auch auf rekrut ist das eigentlich nicht so besonders leicht aber ja also eigentlich ein zwei anläufe und dann klappt das eigentlich hier der kollege macht es dann die tür auf von der von der kirche und in der kirche liegen stinger raketen auf dem boden und dann nimmt sie eine mit hier links irgendwo da stehen sondern dann hat sie eine mit und dann einfach raus und wenn er sagt in deckung gehen einfach nicht in deckung gehen und dann kommt auch der heli schon und der erste sofort das feuer auf euch und den heli wenn ihr abschießt dann heißt das mensch gegen maschine den erfolg die beschreibung von erfolg lautet etwas anders die heißt glaube ich spüre den heli auf und schießen ab oder so da ist er da ist er schon und ich glaube zwei schuss braucht man und dann bin ich schon da und das ganze ist auf rekrut also sie sind auch veteran wird es vertreten den heli abschießen wäre nicht zu schaffen das geht gar nicht deswegen mache ich eigentlich spielt auch veteran durch und dann alles andere was mir so fehlt mache ich im nachhinein dann meinen auf ein neues hast du das gehört das kommt schon ja da ist er sie haben uns feuer eröffnen und das müsste gewesen sein da ist der erfolg wurde da ist der erfolg wurde da ist der erfolg wurde ich hoffe es hat euch geholfen kommt den augenblick da ist er ich hoffe es hat euch geholfen viel spaß noch haut rein ciao euer wuki 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 wuki